Hallo zusammen, mein Name ist der Simon der Gezeitenpanda und im heutigen Video soll es um das Thema gehen, sind 1000 Euro für eine Uhr zu viel und gibt es nicht vielleicht vergleichbares für weniger Geld? Viele von euch fragen sich nämlich oft, warum sind diese Uhren so teuer? Äußerlich sehen die doch vielleicht total gleich aus, aber das Geheimnis steckt eigentlich zum Großteil im Inneren der Uhr. Wenn euch das Video bis dahin gefallen hat, gebt gerne schon mal einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ja, ich habe das Video aufgebaut in drei Teile, da möchte ich einmal über das Band einer Uhr sprechen, einmal über das Gehäuse einer Uhr und das Uhrwerk an sich einer Uhr sprechen und zum Abschluss möchte ich euch dann noch erzählen, wie teuer so eine Uhr, eine mechanische Uhr, wir sprechen hier immer über mechanische Uhren, zum Großteil bei den Luxusuhren, wie teuer sollte so eine Uhr mindestens sein, dass wir von einer gewissen Qualität sprechen können. Dann fangen wir jetzt auch gleich mit dem ersten Teil an und zwar dem Band einer Uhr. Das Band von so einer Luxusuhr oder so einer Uhr, die vielleicht dann über 1000 Euro kostet, das unterscheidet sich dahingehend, dass es bei den teureren Uhren kein künstliches Leder ist, sondern meist Echtleder oder sogar Alligatorleder ist, was deutlich robuster und langlebiger ist als das Band einer günstigen Uhr, die man vielleicht für 20, 30 Euro kaufen kann. Dann sind die Bänder auch nicht nur aus Leder gefertigt, sondern es gibt auch Uhren, die haben dann Stahlarmbänder. Diese Stahle sind dann deutlich hochwertiger als die einer günstigen Uhr. Das sind spezielle Edelstahle, die dann rostfrei sind, besser verträglich auch für die Haut. Allein die Fertigung der Bänder ist deutlich aufwendiger und komplexer gestaltet, dass die Bänder auch viel enger und besser am Handgelenk anliegen können und so auch für den Träger deutlich komfortabler sind als bei den günstigeren Uhren. Und es gibt auch natürlich Materialien wie Edelmetalle, die dann allein aufgrund des Materials schon deutlich teurer im Preis sind. Wenn wir jetzt ein Band aus Gold oder Platin haben, ist es natürlich deutlich teurer als ein Stahlarmband. Aber die Bänder sind auch von der Sicherheit noch besser als die günstigen Bänder. Wir haben dann komplexere Schließen, die deutlich schwerer aufgehen, ungewollt sage ich mal aufgehen. Dennoch für den Träger einfach zu öffnen und zu lösen und man kann die Uhr trotzdem relativ schnell an- und ausziehen und muss nicht irgendwie kompliziert die Schnalle und hier und da und da was drücken. Sondern es geht eigentlich relativ simpel. Dennoch sind die Bänder sehr sicher für die Uhr, dass die Uhr nicht einfach, wenn man irgendwo dagegen kommt, eben vom Handgelenk fällt und dann so eine teure Uhr eben zerstört ist. Gerade wenn man auch eine sportliche Tätigkeit treibt oder mit der Uhr tauchen geht, dann möchte man natürlich nicht, dass die Uhr, wenn man irgendwo mal drankommt, gleich wegfliegt, weil irgendwie der Steg zum Beispiel, der das Band mit dem Uhrengehäuse verbindet, aus einem schlechten Material ist oder einfach die Verbindung da schlecht gelöst wurde. Dann können wir eigentlich auch schon gleich zum zweiten Teil übergehen und zwar dem Gehäuse. Beim Gehäuse unterscheiden sich die günstigeren Uhren von den teuren oder sage ich vorher von den Luxusuhren auch dahingehend. Und vom Material, wir haben hier auch hochwertige Stahle, Edelstahle, die eben rostfrei sind und auch robust sind. Oder man hat Gehäuse, die sind aus Titan, die sind dann noch etwas robuster und gleichzeitig aber auch leichter. Oder wir haben Gehäuse aus Edelmetallen wieder, die sind dann auch aufgrund des Materials auch schon deutlich teurer als so ein einfacheres Edelstahl- oder Stahlgehäuse. Und die Langlebigkeit von so einem Gehäuse aufgrund dieser hochwertigeren Materialien ist dann auch länger gegeben. Es gibt dahingehend auch schon Marken, die dann ihre eigenen Materialien entwickeln. Da fällt mir jetzt speziell gerade IWC zum Beispiel ein, die haben jetzt ein Material, das heißt Ceratanium. Das ist eine Kombination aus Keramik und Titan und das ist natürlich zum einen leicht, es ist robust und verkratzt nicht so schnell. Und die Farbe ist auch noch recht auffällig, weil das dann eben so einem Schwarz-Grau eben kommt. Die Gehäuse sind natürlich auch an sich deutlich besser verarbeitet. Also wir haben hier zum Beispiel im Bereich der Krone dann, wo wir die Uhr einstellen können oder wenn wir jetzt noch einen Chronographen haben, wo wir eine Stoppuhrfunktion dann haben. Auch das Glas sind deutlich besser verarbeitet, sprich wir haben da auch bessere Dichtungen und an sich die Spaltmasse alles ist viel besser verarbeitet. Das heißt, dass wir dann mit so einer Uhr auch tauchen gehen können und die Uhren an sich einfach besser abgeschirmt sind vor äußeren Einflüssen wie Staub oder Wasser oder Feuchtigkeit, was auch immer. Was unserer Uhr oder speziell dem Uhrwerk dann schadet, wenn das ins Innere der Uhr kommt. Jetzt kommen wir zu Teil 3 und zwar dem Uhrwerk. Das Uhrwerk, das unterscheidet sich nämlich meiner Meinung nach am allermeisten von den günstigeren Uhren zu den teuren Luxusuhren. Denn bei den Uhrwerken, da haben wir nicht nur, wie auch bei den Bändern und bei den Gehäusen, hochwertigere Materialien, die verwendet werden, sondern da sind auch die Toleranzen und allein, wie die Teile gefertigt sind, viel, viel komplexer gestaltet. Die Teile sind viel präziser hergestellt, viel genauer greifen die Räder ineinander und wir haben dort auch wirklich ganz andere Stahle, die deutlich mehr Abnutzung aushalten und eben nicht so schnell abnutzen wie die günstigeren Uhrwerke. Und wir haben dort wirklich höchste Uhrmacherkunst. Wenn man dann mal so zwei Uhrwerke nebeneinander hält, dann sieht man das auch ganz klar, wie die sich allein schon äußerlich unterscheiden. Dass die Kanten sauber sind, dass dort kein Grat ist oder irgendwelche unschönen Flächen, sondern alles ist wirklich sauber geschliffen. Die Uhrwerke sind zum Großteil auch noch veredelt, teilweise von Hand graviert und allein schon die Ganggenauigkeit, also die Genauigkeit von so einem Uhrwerk, wie genau die Uhr läuft, die unterscheiden sich auch schon sehr, sehr stark von den günstigeren Uhren. Und die Uhrwerke sind im gleichen Zug auch nicht so anfällig auf äußere Einflüsse wie Magnetismus, der ganz schnell mal bei so einer Uhr dafür sorgen kann, dass die Uhr eben nicht mehr so genau läuft. Oder wenn wir mal einen Stoß auf so ein Uhrwerk bekommen, wie jetzt, wenn ich hier so mit meiner Hand mache, das ist schon ein Stoß auf das Uhrwerk, wo das Uhrwerk eben aushalten muss. Und das ist für so ein günstiges Uhrwerk, das dahingehend keine Sicherheiten hat wie Stoßsicherungen in diesem Uhrwerk. Sehr schlecht und kann dann durchaus schneller dafür sorgen, dass das Uhrwerk stehen bleibt oder gar nicht mehr läuft. Und was natürlich dann auch aufgrund der billigeren Verarbeitungsweise und der billigeren Komponenten noch hinzukommt, ist der Service von so einer günstigeren Uhr ist deutlich schwerer zu machen, bis gar nicht zu machen. Denn wenn wir so einen Teil eben in der Uhr ersetzen müssen, weil es abgenutzt ist oder defekt ist, dann besteht eigentlich die Wahrscheinlichkeit, so ein Teil irgendwo zu finden, gleich gar nicht, weil es für diese Uhren eben eigentlich keine Ersatzteile gibt. Man kann Glück haben und hat vielleicht nochmal so eine gleiche Uhr da oder nur so eine, wo vielleicht das Gehäuse kaputt ist und man dann eben das Uhrwerk hat. Aber im Normalfall sind diese Uhren nicht dafür gedacht, eben revidiert zu werden, also sprich einen Service, der dort gemacht werden kann. Und dementsprechend ist dann auch das Investment danach im Prinzip futsch, weil man kann diese Uhr nicht reparieren und muss sie dann leider wegschmeißen. Investment ist bei diesen Uhren auch nicht gegeben, weil diese Uhren eben eigentlich auch nicht wertstabil sind. Das sei nur am Rande zu diesen Uhren noch gesagt. Jetzt vielleicht noch, wie teuer muss eigentlich so eine Luxusuhre in Anführungsstrichen sein, die Komponenten aufweist, die, sage ich mal, eine gewisse Qualität hergeben, wo wir dann nicht mehr von so einer Billiguhr oder einem Billiguhrwerk sprechen. Und die Uhr, die ich jetzt hier heute trage, die liegt jetzt so bei ungefähr 700 Euro. Sprich, das ist jetzt nicht eine Uhr für über 1000 Euro. Und trotzdem haben wir in dieser Uhr hier ein Schweizer mechanisches Uhrwerk verbaut, was recht genau läuft und durchaus eine Toleranz von zwischen 2 bis 10 Sekunden am Tag hat, auch gegen Magnetismus abgeschirmt ist und auch hochwertig verarbeitet ist. Wir haben ja ein Lederband, wir haben ja eine hochwertige Schließe dran. Jetzt kann ich mit einem Klappmechanismus, ich sage einfache Dornschließe, aber dennoch sehr robust und langlebig. Und so ein Uhrwerk ist auch für unter 1000 Euro zu bekommen. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, mehr als 1000 Euro für so eine Uhr auszugeben. Aber solche Qualität oder ein Schweizer Uhrwerk, was für mich für eine deutliche Qualität spricht bei so einer mechanischen Uhr, weil eben die Schweizer Uhrwerke eigentlich alle gut verarbeitet sind und mit diesen China-Uhrwerken in dem Sinne auch nicht wirklich konkurrieren, weil das wirklich zwei komplett separate Schuhe sind. So ein Schweizer Uhrwerk oder so eine Uhr mit so einem Schweizer Uhrwerk bekommt man schon um die 300 Euro. Und je nach Komplexität und auch zusätzlichen Komplikationen oder Materialien, die da noch verwendet werden oder dann eben auch Edelmetalle, kann das natürlich dann schnell nach oben gehen. Aber ich wollte einfach da nochmal sagen, eine Uhr muss nicht über 1000 Euro kosten, um eine gewisse Qualität aufzuweisen. Aber umso teurer die Uhren sind, umso mehr dürfen wir auch von diesen Uhren erwarten, bis hin zu solchen Uhren, die dann, sage ich mal, einen Turbio verbaut haben. Das ist ein sehr komplexes Teil in der Uhr, was dann wirklich extrem viele Einflüsse, die auf so ein Uhrwerk einwirken können, kompensiert und die dann auch extrem genau laufen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Ich habe das gut rüberbringen können euch. Und wenn ihr sonst irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten und euch gerne da weiterzuhelfen. Und auch mit meinen zukünftigen Videos immer da euch was Neues dazu beizubringen, aus meiner Erfahrung, die ich nun jetzt in den letzten 10 Jahren als Uhrmacher sammeln konnte. Und schaut auch gerne auf dem Blog vorbei, gezeitenpankter.ch. Da könnt ihr auch nochmal Dinge dazu nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.